Grüße und herzlich willkommen, lieber wieder, da habe ich irgendwas umgestellt, da macht er mir immer Blödsinn hier, da macht nichts, zu deiner Februar-Energie, hoppala, 2022. So, wollen wir mal schauen, lieber wieder, was hier für dich so zu vermelden ist. Das ist deine überspannende Energie, über das ganze Monat, und das ist deine Hauptenergie, okay. Es geht um Familie, Freunde, Kinder oder Ähnliches in deiner Familie, das wird sich durch den ganzen Februar durchziehen. Hier willst du etwas nicht sehen, nicht hören, oder die Kinder wissen etwas nicht, das ist aber ein Glück, genau, und da bist du auch dankbar dafür, denn hier kommt ein neues Leben als Geschenk und die dir Lösungen bringen, und das wird dir auch bewusst, das ist doch was Schönes. Hier ist der weibliche Aspekt, das heißt, der konnte vielleicht bis jetzt nicht umspannend sehen, was aber jetzt passiert hier. Ja, unveränderbar, genau. Also, du konntest bis jetzt einiges in deinem Leben nicht erkennen, nicht sehen, nicht in aller Tragweite sehen, was sich aber jetzt unveränderlich zeigen wird, und da bist du dankbar drüber, denn nur so kannst du ein neues Leben anfangen. Das hier heißt eigentlich, du ahnst eigentlich schon was, und diese Ahnung kommen wieder, und du wirst sie aufgreifen und darüber sprechen, hier geht es natürlich auch um Geld und Liebe, und irgendetwas wird weniger. Das liegt aber auf dem Fuchs drauf, das heißt also alles, was falsch war, was Lügen waren oder verkehrt war, kommt dir ins Bewusstsein und wird automatisch weniger, aber mit Liebe, was auch eine sehr schöne Lösung darstellt. Der weibliche Aspekt drängt dich auch unveränderbar dahin, deine Glaubenssätze anzusehen, das, was du denkst, was bis jetzt für dich wichtig war. Dir wird hier einiges klar, dein Denken wird klarer, und du siehst natürlich auch Glaubenssätze. Das ist jetzt nicht nur Glaubenssätze, ich bin klein oder so, die du als Kind genommen hast, das ist aber auch Glauben über das, was bis jetzt war. Hier kommen Nachrichten, dass sich dein Glauben überdenken lässt. Genau, und damit kehrt auch eine Manifestation wieder. Aha, hier haben wir Sohn und Tochter. Hier kehrt eine Manifestation wieder, indem du hier die Glaubenssätze einfach überdenkst, neu gestaltest, und damit kommt auch eine wiederkehrende Manifestation, wo du sehr dankbar bist, die auch da bis jetzt sehr schön erscheint. Hier haben wir deine Kinder, also Sohn und Tochter, oder Sohn und Sohn, Tochter und Tochter, oder noch mehr Kinder, oder eben Freunde, die dir hier sehr nahe stehen, seit langer Zeit zu dir stehen, bei dir sind, mit denen du hier ganz viel sprechen kannst, und die dir auch beistehen. Also, diese Glaubenssätze sind dann vorbei, sobald du sie erkannt hast, darüber nachdenkst, und dann kommt eben alles ins Fluss und lässt sich auch in deiner Familie dieses neue Leben in der Familie neu manifestieren. Und das wird richtig schön, das liegt auf der Liebe, das wird gut. Hier haben wir eine Gefahr der Leidenschaft, das heißt einfach, die Gefahr zu überdrehen. Also, Leidenschaft ist immer etwas, was sehr prägnant ist, was sehr fokussiert ist und komprimiert ist, die auf einmal rauskommt aus dir. Du brauchst jetzt bloß die Leidenschaft, so wie wir sie erkennen, in der Liebe sehen, auf einmal kommen alle Gefühle raus. Das ist dann die Leidenschaft, und hier ist Gefahr, dass du überdrehst. Aber du hast hier auch den Vater, der natürlich auch dein Vater sein kann, was eine Familie sein kann, der aber auch hier sehr viel Liebe hat, und hier schränkst du aber etwas ein, und das sind in dem Fall eben dein Partner. Der liegt auf deinem Partner, hat Einschränkungen durch den Vater. Ah, da sollen wir jetzt gleich gucken, Moment. Die Unordnung ist dadurch vorbei, und auch die Lügen, die hier praktisch aufkommen, durch das, dass du hier auf einmal irgendetwas erkennst, wiederkehrend erkennst. Das habe ich ja schon gesagt, das hast du schon mal geahnt, gewusst, oder auf die Seite gelegt. Aber hier kommen sie raus, hier kriegt die Lüge ein Fluss, bringt alles in Unordnung. Aber sobald du es erkennst, ist es aber auch schon wieder vorbei für dich. Und du kommst hier ins Feiern und in den Spaß. Und deine Hauptenergie ist auch in deinen Weg gehen. Aber bei dir ist da, ich sage auch, weil das beim Wassermann schon so war, aber bei dir ist die Familie sehr involviert, deine nahe Familie oder nahe Freunde sind da sehr mit drin und gehen mit dir diesen Weg. Das heißt, du stehst hier nicht alleine, du hast hier sehr viele Gespräche. Bei dir ist bloß die Gefahr des Überschwangs. Also des Überschwangs an Freude oder des Überschwangs an Aufregung. Je nachdem, da musst du ein bisschen die Füße am Boden haben, also dich ein bisschen verwurzeln. Das heißt nämlich leben, also im Leben bleiben und nicht, weißt du schon, gut. Bei dir ist Aufregung drin und sehr viel Aufreger, da ist eben auch die Gefahr drin. Das ist positiv, sehr positiv, aber dass du einfach überdrehst, das ist eigentlich die große Gefahr bei dir. Du gehst deinen Weg mit deiner Familie, mit deinen Kindern, auch mit deinem Vater, der aber hier auch Angst hat, der aber durch dein Erkennen, durch deine Gespräche und dein Handeln diese Angst eingeschränkt wird und er das auch erkennt, dass er einfach nur Angst, die Angst liegt auch auf Sicherheit, auch auf dem Beruf, aber man erkennt, durch dieses Neugestalten wird das besser. Bei dir im Beruf liegt eben auch Angst, dir ist bewusst, dass da Unordnung ist, dir ist bewusst, dass du hier Arbeitskollegen hast, die nichts wissen, die vielleicht auch nicht hinschauen wollen, aber das ist einfach so, das wird dir bewusst und damit kannst du diese Angst einschränken, indem du hier erkennst. Geld wird sichtbar im Leben, heißt aber auch, es gab Lügen, du hast aber auch Lösungen, das hast du bis jetzt nicht gewusst, du hast aber auch sehr schnell Lösungen, die erst nach dem Erkennen kommen. Auch die Lösungen liegen jetzt noch im Nebel, das heißt, jetzt gleich hast du keine Lösung, aber wenn du hier mehr und mehr erkennst, kommen die Lösungen automatisch. Auch hast du entweder deinen Vater, deine Mutter oder Bruder oder sonst irgendeine Art Sicherheit finanziell, die du auch weißt, die du auch schätzt, dass du da praktisch nicht allein bist und immer wieder einen Ankerpunkt hast, der dir ein bisschen Sicherheit gibt. Dann haben wir deine große Familie, da ist eben Bruder, Schwester, Tante, Onkel und so weiter, Cousin, Cousine, das ist die große Familie, da werden auch diese Lügen erkannt, da entsteht viel Unordnung. Auch in der sehr großen Familie, auch in den Freundschaften entsteht hier viel Unordnung, da bist du eigentlich gefragt, da Lösungen zu sehen, da diese Nebel oder das, was hier, man wird erkannt, es wird erkannt, es gibt Lügen, und man weiß nicht mehr, wo man hinschauen soll, man weiß nicht wie, da bist du ein Angelpunkt, der sagt, hier, ich zeige dir was, wo du ein bisschen Ordnung reinbringen kannst. In dir selber ist Unordnung, da du hier auf einmal den weiblichen Aspekt so stark bei dir hast, wird das Ganze absolut sichtbar, was du schon geahnt hast, und natürlich bringt das auch bei dir Unordnung, aber sobald dir das bewusst wird, ist es auch schon wieder vorbei. Du bist hier praktisch, du wirst hier gefragt in der Familie, da ist, du bist so ein Angelpunkt in der Familie, so ein Haltepunkt. Partnerschaft ist eine Einschränkung, ist eine Einschränkung, es kann sein, dass du überhaupt keinen Partner hast oder keinen mehr hast, dass das hier vorbei ist, dann wäre es vielleicht ein älterer Partner gewesen, was dir ein bisschen Angst macht, aber ich glaube, musst du nicht haben. Wenn du keinen, gar keinen Partner hast, dann wirst du vielleicht auch momentan keinen, da hast du selber eine Einschränkung drin, dass das jetzt gar nicht so wichtig ist oder so, denn deine Liebe liegt auch auf dem Heim, das heißt, deine Familie hat jetzt einfach Vorrang. Es kann aber auch sein, dass dein Partner andere Meinungen hat, den lässt du einfach mal so stehen und kümmerst dich um deine Familie, um deine Kinder, kann genauso sein, also das muss hier jeder für sich selber herausfinden. Du siehst auch eine Gefahr in der Partnerschaft, weil hier eben viel Einschränkungen und Angst ist, also hier sind irgendwie Blockaden, die vielleicht nicht so leicht zu lösen sind wie bei dir, das ist so eine Gefahr, aber ist nur eine Gefahr und das muss nicht sein, also man muss dem Partner nur die Zeit geben. Dann haben wir Tiere, da heißt es weniger, weiblicher Aspekt vorbei, auch da kann sein, dass ein Tier nicht mehr da ist oder du früher Tiere hast und jetzt weniger, solltest du gar keins haben, würde ich auch momentan zu keinem raten. Deine kleine Familie, das ist eben Sohn oder enge Freunde, auch kleine Familie, wenn du alleine bist, sind auch sehr enge Freunde. Hier geht ein neues Leben an, was ein Geschenk für dich ist, was auch finanzielle Lösungen bringt, was sichtbar wird. Da wirst du viel drüber sprechen und auch viel manifestieren im positiven Sinn. Also da, du darfst bloß nicht überdrehen. Da ist es wirklich sehr schön bei dir. Also das Wiederkehrend ist plötzlich, du läufst auch die Gefahr, dass du wiederkehrend nur ein Teil hinschaust und den anderen Teil gar nicht sehen willst. Aber hier ist unveränderbar der weibliche Aspekt, der einfach das aufzeigt. Da kannst du gar nicht aus. Auch wenn du zeitweise sagst im Februar, das langt jetzt schon mehr, will ich gar nicht wissen, das genügt schon, musst du trotzdem weiter hinschauen. Aber das lässt nicht aus. Da lässt der weibliche Aspekt von dir nicht aus. Also das heißt, du erkennst dann immer mehr Lügen und da kommt nochmal was und du willst schon gar nichts mehr wissen und trotzdem musst du hinschauen. Das ist so die kleine Plusgefahr, aber auch die Euphorie. Das würde ich hier, die Gefahr der Leidenschaft würde ich als Euphorie, dass du überdrehst, weil hier auch viel Aufregung drin ist. Im positiven, wehen negativen. Weil sichtbar wird auch Angst. Also du kannst in den Extrem fallen oder in den Extrem fallen, was beides gar nicht sein muss. Wenn es dein Vater ist, dann hast du da eine starke Anwendung und dein Vater ist auch ein starker, selbstbewusster Mann, der aber auch ein bisschen ins Angst fällt, aber bloß ein bisschen, der aber dir lange Zeit zur Seite steht mit Lösungen. Kann natürlich auch die Mama sein oder der Bruder oder ein Onkel oder so. Also jedenfalls ein Herr in deiner Familie, der dir sehr zur Seite steht. Der zwar auch ein bisschen verunsichert ist, aber der, der trotzdem eine Hilfe ist. Aber im Großen und Ganzen bist eigentlich du die Hilfe deiner Familie. Weil da liegt die Liebe auch drin. Hier darf alles fließen. Hier die Glaubenssätze, das, was man verkehrt gedacht hat, bis jetzt löst sich auf. Und es kann jetzt wirklich das ganze C-Blödsinn sein, was natürlich damit reinspielt, bin ich mir ganz sicher. Aber es kann auch andere Unrichtigkeiten, ich sage jetzt nicht Unwahrheiten oder Lügen, sondern Unrichtigkeiten, die im Heim vorherrschten, einfach aufgelöst werden. Also das muss jeder für sich sehen, wie es ist. Hat mit Sicherheit auch mit dem C-Blödsinn zu tun. Du kommst hier, du merkst immer mehr im Februar, du musst deinen Weg gehen. Es geht gar nicht anders. Also du kannst nicht den Weg deines Vaters, deiner Kinder oder deines Partners gehen. Du musst deinen Weg gehen, der für dich stimmig ist, der für dich in Resonanz geht und auch ein gutes Gefühl macht. Und deshalb erlangst du hier viel über Gespräche, über was kann man ändern, was kann man im neuen Leben tun. Wären vielleicht auch ein bisschen hitzige Gespräche, aber kein Streit, aber doch mit Leidenschaft geführte Gespräche. Und hier ist die Manifestation, es wird sich alles verändern. Es liegt aber auch im Glück. Auch wenn du das Glück siehst, nicht hinzusehen oder auch deine Kinder wollen nicht hinsehen, aber alles das, lass ihnen die Zeit, alles kommt hier in Ordnung. Das ist ein sehr schöner Februar wieder, da hier viel aufgearbeitet wird und viel wieder in die richtige Spur kommt. Deine Familie wird mitziehen. Du gehst deinen Weg mit Familie hier. Du gehst nicht alleine und sie suchen ihren Weg, sondern sie werden sich da mehr oder weniger anschließen, obwohl sie auch ihren Weg gehen müssen, aber der ist eine Zeit lang auch dein Weg. Also ihr habt eine Zeit lang den gleichen Wegstrang. Das wird sich später wieder gabeln, aber jetzt momentan ist es so, dass ihr den gleichen Strang habt und an einen Strang zieht es. Manifestationen ergeben sich, aber denkt darüber nach, was du manifestieren willst. Da musst du deine Gedanken, deine Klarheit, die du dadurch auf einmal erlangst, durch den weiblichen Aspekt, wirklich erstmal hinterfragen, was du wirklich möchtest. Ansonsten ist es eine sehr schöne Energie. Deinem Weg mit Familie gehen, so wird das sein, aber es wird ein schöner Monat, denn auch hier liegt die Liebe, die dir bewusst wird, wo du Lösungen hast, auch mit dem Geld, wo irgendwas weniger wird, was bis jetzt verkehrt war, auf irgendeine Art und Weise. Das Einzige, was ein bisschen ist, ist die Einschränkung deines Partners. Wenn du einen hast, kann natürlich auch sein, dass der Vater den nicht so sehr mag oder so, aber auch da bekommst du Hilfe. Möchtest du einen Partner, ja, dann würde ich sagen, ist der Februar nicht so geeignet für dich, weil du da wirklich mehr einen Fokus auf der Familie hast, aber von dir aus, weil das eben wichtiger ist im Moment. Ja, ansonsten lieber wieder finde ich das schön, das kriegst du hin, dein Weg gehen mit Familie. Ja, alles ist gut und in diesem Sinne habe die Ehre.